Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst die Update-News vom 28.06. Schön, dass du da bist. Und ich fange mal an mit dem Pferdemarkt. Der hat nämlich seine Pforten geöffnet in Fort Pinter. Ich habe geguckt, ich habe die alten Araber nicht gefunden. Schade, denn sollten die nicht eigentlich hier stehen? Naja gut, vielleicht wenn der Pferdemarkt das nächste Mal die Pforten wieder öffnet. Dieses Mal brauchen aber trotzdem Eddie und Ferdinand auf alle Fälle eure Hilfe. Und dann geht die Midsommar-Schatzsuche los. Die startest du hier bei Steve. Und da geht es dann weiter Richtung Felix, der eine Schatzsuche für dich hat. Und zwar jeden Tag gibt er dir einen Hinweis, wo der Schatz des Tages versteckt ist. Das werde ich natürlich machen im Star Stable Online Stream nachher. Die Schatzsuche bleibt auch noch bis zum 12. Juli in Jorvik. Du musst allerdings die vorherigen Quests, die Midsommar-Quests bei Steve schon gemacht haben. Die kannst du auch noch machen bis zum 12. Juli. Also ja, ich würde sagen, viel Spaß beim weiteren Midsommar-Fest. Und dann gibt es einen Gutschein-Code, der da heißt 10 Millionen. Hier jetzt auch eingeblendet. Das ist das kleine Geschenk von Star Stable, dass die 10 Millionen Marke registrierter Star Stable Spieler erreicht wurde. Das ist diese Jacke, die du jetzt hier siehst. Und die hat hinten auch eine 10 Millionen Aufdruck. Finde ich, sieht doch ganz cool aus. Also nicht vergessen einzulösen. Und dann ist noch etwas ins Spiel gekommen, worauf viele von euch gewartet haben. Die Quest von Madison und Night Dust geht weiter. Dazu kann ich euch jetzt leider keine Bilder zeigen, weil die Quest habe ich noch nicht. Aber ich wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Spaß dabei. Um diese Quest machen zu können, müsst ihr Erik und Madison auf Idines Plaza getroffen haben. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Aber ich wünsche dir viel Spaß. Vielleicht wird Night Dust ja jetzt gerettet. Das ist es also, das Update für den 28.06. Ich finde, es ist ganz schön geworden. Ich freue mich auf das weitere Midsommar-Fest. Ich werde nachher im Stream das auf alle Fälle spielen und ein bisschen leveln und so. Bis dahin, alles Liebe dir, ciao, ciao, deine Damakasch.